Der Hase hat das nicht gemocht. Du kannst keine Gitarre spielen. Hilfe, Hilfe. Oh Mann, wir haben Mike retten können, aber Chip ist immer noch irgendwo gefangen. Genauso wie unser Vater. Deshalb, jetzt hier nach drei, müssen wir uns weiter im Bällebad umschauen. Aber ich sehe gerade, warum hat Jeff hier eigentlich so ein Ding hingestellt? Seltsam, wo sind die Türen hin? Ich kann auch nicht mehr hinein. Aber laut Map... Oh, wirst du... Achso, das Ding wieder. Laut Map... Ah ne, es ist jetzt zugemacht worden. Ich muss jetzt extra den langen Weg vom Essbereich nach oben zur Spielhalle, warum auch immer. Hm. Hm. Naja, jedenfalls müssen wir zurück zum Bällebad. Und uns einen neuen Plan überlegen. Wir schauen erstmal, wie die Lage ist dort. Und was bist du für einer? Diese Stadt war früher wirklich etwas Besonderes. Ein bedrückter Kunde. Schau sie dir jetzt mal an. Verdammt, schau dir diesen Schuppen an. Ich würde die Stadt verlassen, wenn ich nur Arbeit mit finden könnte. Ja, siehst du, wie es heute so schaut. Aber hey, es kommt immer mehr Leute abends hier rein. Die Pässe war damals wesentlich besser. Allerdings muss ich zugeben, seitdem Jeff übernommen hat, wurde es viel günstiger. Quantität über Qualität, würde ich sagen. Ich mag die Musik hier. Irgendwie entspannt, oder? Noch ein bisschen, zumindest. Naja. Hopperi, hopperi. Weiter geht's. Wir sind im irren Brei. Das Ding kam letztes Mal aus der Spielhalle. Vielleicht hätte es der Headshot. Chip auch. Finden einen Weg in die Spielhalle. Ja, okay, deshalb der Ding jetzt wohin, ne? Weil wir das zeigen sollen. Dass wir da nicht mehr langen können. Warum auch immer. Warte mal, wie kommen wir denn dann lang? Ah, ne, der Wendt auch nicht. Also vom S-Bereich, den Sicherheitsraum und dann was? Da ist zu. Vom Eingang mit dem Wend. Lagerraum. Aber was dann? Damit sind wir auch eingesperrt. Wir können beides mal ausprobieren. Aber hey, ich merke gerade, die ist voll hell geworden. Yellow. Oh, Mellow. Wenn du noch nicht hörst, gibt es bestimmte Dinge, die dir nicht sagen, wenn du aufstehenst. Die Animatronik haben eine wirklich schlechte Vision. Und wenn du eine Person beherst, sie denken, dass es ein Metal Endoskeletön ist. Es gibt einige von den Backstage, wenn du sie nicht schon gesehen hast. Wenn das passiert, sie denken, dass du in einer Animatronik-Suit und du musst nicht nachdenken. Was ich sagen, ist, dass du in einer Animatronik-Suit ein bisschen von Kraft benutzt. Du kannst mir vorstellen, warum die Staffel hier so oft verändern. Anyway, es ist kein großer Problem. Ach. Puh. Danke fürs Anrufen, Mann. Phone-Guy. Ähm, hello. Okay. Das ist ein Bild meiner Familie im Urlaub. Mowalusin trägt Papa das immer bei sich. Ja. Was macht Nightmare Bonnie dort? Jedenfalls die Lohr geht weiter. Wo haben wir denn das Bild? Hier. Familienurlaubsfoto. So, ob es aussieht. Ein Foto von unserem Strandurlaub. Ich wäre fast ertrunken, als mich eine große Welle umgeworfen hat. Aber Papa war da, um mich an die Oberfläche zu ziehen. Objekt 3 von 5. Warte, das heißt, der Portemonnaie... Wo war das Portemonnaie denn? Hab ich's verloren? Ja. Geldbörse. Objekt 1 von 5, 3 von 5. Oh, ich hab... Ich hab hier alles gefunden. Papa hat dieses Bild von Mama und mir bei unserem letzten Strandurlaub gemacht. Papa und ich haben uns einen dermaß starken Sonnenbrand geholt, dass Mama uns immer die zwei Humber genannt hat. Wir hätten die Sonnenklemer neu auftragen sollen, wie sie sagte. Aber Papa und ich haben mich dann gedacht, weil wir zu sehr mit Schwimmen beschäftigt waren. Was, weil wir zu sehr mit Schwimmen beschäftigt waren? Was ist denn jetzt? Skynote-Button? Ah, F12. Manchmal frage ich mich, wie Mama uns erträgt. Ja. Lief mal besser, was? Okay, aber es ist wirklich hell geworden hier. Hier gibt's doch Teig von der Zeit, als alles aufgebraucht. Als alle aufgebraucht waren. Aha. Also hier ist kein Eingang. Hier ist offen. Warum läuft der Wind? Scheiße ist hier. Scheiße ist hier. Muss ich mich verstecken. Kommt der? Er ist unter mir. Chica ist es. Warte, war heiß. Wir werden jetzt jede Nacht einen anderen Moment im Sonic haben. Bonnie und Freddy vielleicht kommen noch. Sie riecht mich oder so. Let's eat. Ich mag das aber, wenn sie sich umdreht, dass das Bib vorne, dass das nicht spiegelverkehrt bleibt. Das ist nicht cool. Ey, jetzt sag mir nicht, die chillt hier, weil sie hier wohnt oder sowas. Komm, hau ab, Mann. Ich mag aber den Ofen. Dieser Freddy-Ofen, der ist super. Kannst du mal abhauen? Muss ich jetzt sterben? Bin ich tot? Nein? Gehst du? Okay. Oh, er ist hier. Ernsthaft? Mann, wie soll ich hier mal zur Spielhalle kommen, wenn alles zu voll ist, was auch da? Na, vom Sicherheitsraum zum... Ich glaube, es ist der Wendel und dann nach links. Vielleicht findet man irgendwo einen Schlüssel oder so. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal versuchen, nach links zu gehen. Hab ich gesehen? Ne. Halt's, boah, Mann. Da bist du Mangle oder was? Labert der. Tschüss, tsch. Danke. Danke für Ihre Kooperation. Ticketzähler. Okay, wahrscheinlich wieder so was. Fürs Arcade. Warte mal. Das waren die Ticketzähler. Bitte. Ein Mechanismus, der zum Zählen der Tickets verwendet wird, die Einfüge geführt werden. Fühlt er mich jetzt? Hallo? Das bringt nichts. Es ist zu schwer. Pstüch! Geht nicht. Ich kann hier aber rein. Und dann wenden. Hinein. Hört ihr das? War schon ziemlich laut. Wenn du mich fragst. Ich weiß, niemand fragt mich, aber. Trotzdem. Hi, Gordon, Freddy. Na? Das ist mein Schuhfoto von letztem Jahr. Papa hat es immer weiß ich gehabt. Uuuuh. Looah. Wir kommen immer weiter hiermit. Objekt 2 von 5. Yes, wir kommen weiter. Foto von Oswald. Ein Foto von mir, das Papa immer bei sich trägt. Ich habe seine Augen und seinen Humor. Papa macht am ersten Schultag immer ein Foto von mir. Das ist mir ein bisschen peinlich, aber ich glaube, es macht ihn glücklich. Dieses Jahr konnte er kein Foto von meinem ersten Schultag machen. Das holen wir nach. Oswald, das holen wir nach. Nein! Ich muss einen anderen Weg finden. Ich kann da nicht rein. What the hell? Ich muss diesen, dieses Endoskelett, wo es vor der Tür standen, muss ich irgendwie loswerden. Ich muss mal in jeden einzelnen Raum reingehen, glaube ich, und versuchen, ob ich da um was machen kann. Geht nicht auf. Gibt es hier irgendwas, was ich machen kann? Nein, oder? So kann ich hier rein. Ach, jetzt ist auch immer auf? Ach, wenn man sagt, dass man es in einer bestimmten Richtung aufmacht, geht das? Kriege ich jetzt von hier nach links hoch? Boah, bei meiner eigenen Looking müsste das klappen. Hat er mich gesehen? Safe hat er mich gesehen. Scheiße, ich wusste nicht, dass es genau jetzt hochgeht. Scheiße, scheiße. Der sieht mich sowas rum. Der weiß, dass ich hier bin. Der weiß, dass ich hier bin. Der weiß, dass ich hier bin. Doch, komm, wir haben es gehört. Nein? Bist du dumm? Du warst hier doch irgendwo. Scheiße, ich habe so ein Kurzzeitbedächtnis. Mann! Tja, wird der es geschafft, Kinder umzubringen? Wird der es geschafft? Er konnte durch die Tür. Da kann ich da wohl auch rein. Aber Moment. Zum einen, ich muss noch hin, wo er gerade hingeht. Und zum anderen, ich glaube, Chica kommt gerade. Mann, ich höre ihn. Mann, ich muss da jetzt rein. Ich kann hier auch rein. Warum schreist du, Mann? Wofür will ich das hin? Matt? Hi, Bonnie. Keller. Schön mit grünem Marker. Das ist aber eine gute Abkürzung. Von Bällebar zum Keller ist einfacher als von Bällebar zum Essbereich. Riesiger Bereich, wo der immer irgendwie ist. Zum Sicherheitsraum. Und dann, weißt du? Wacht da in die Ecke. Eigentlich eine gute Abkürzung, ehrlich gesagt. Aber nee, wir wollen wieder zurück. Das war aber schon laut. Wenn er das nicht hört, ist er dumm. Wenn er jetzt hier drin ist. Was? How? Und why? Kann ich nicht rein? Nein. Da kommt auch eine Keycard für, glaube ich. Hä? Okay. Nein, nicht okay. Es gibt keinen Raum, wo ich... ...finde einen Weg in die Spielhalle. Oder meint der vielleicht... Da kommt einer. Meint der vielleicht die Spielhalle in der normalen, in der Gegenwart? Nein, oder? Der meint doch bestimmt, die hier. Oder? Ich meine, die Mission kam erst, weil ich hier reingegangen bin. Ja... ...weiß ich gar nicht. Boah, das ist so schwierig, man. Er war da. Ich gehe mal nach ganz rechts. Ich schaue mich hier mal um. Das ist nur eine kaputte Gitarre. Ich werde mir die Batterie mitnehmen, aha. Schön. Schöne Batterie, Mann. Cool. Hi, Mann. Hm. Verstecken? Nee. Der kommt jetzt aber nicht durch den Wend, oder? Das klang gerade voll. Was? Wie? Was ist los? Ist er im Wend? Verschickt mich. Wie jetzt? Wieso? Wieso rosige Musik? Huh? Ich höre, was im Wend. Ist er da drin? Ich gehe mal rein. Ich gehe mal rein. Oder welche Geräusche? Sehr klug, was? Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Okay, ich habe es nachgeschaut. Ich lag gar nicht mal so verkehrt, damit, dass da oben der Wend ja so geglitzert hat. Dass da irgendwas komisches ist. Und das ist jetzt zurück zum Wend. Denn dort oben, im Wend, ist er, was das verbrauchen. Ich weiß nicht, warum diese Musik gerade ist. Jetzt weiß ich, warum die Musik da ist. Ich muss getrunken, wo der ist. Muss er nämlich lang? Jedenfalls. Scheiße. Habe ich gesehen? Was? Chica? Okay, weg. Nicht weg. Wieso nicht weg? Wieso nicht weg? Habe ich gesehen? Wer ist es? Spring Corny. Was? Was passiert? Gut tot. Aha. Warum? Okay. Spiel? Spiel crashed? Nein. Ah. Okay. Geh zum Bällebad. Nein. Nein. Lass mich nicht alles neu machen. Bitte. Bitte nicht. Das wird so schlecht. War jetzt richtig schlecht. Nein, Mann. Jedenfalls. Zeige ich euch, wie wir weiterkommen. Was? Wo? Wo? Da. Okay. F. Bist dich, Mann. Hatt ihr mich gesehen? F. Lass mich in Ruhe. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist ein Kerl, ey. Hö. Hö. Ich habe mich noch nicht gesehen. Ich muss das Telefon wieder annehmen. Scheiße. Ich muss alles neu sammeln. Wie dumm. Äh, hello? Äh. Ich habe es verstanden. Und, äh. Mann, ist das, ist das ärztend. Alles neu sammeln. Was habe ich da alles neu gesammelt? Oder muss ich neu sammeln? Ne, die Bilder, ne? Die beiden Bilder. Eins war hier, eins war links beim Fan. War es beim Fan? Ja, toll. Hallo, ich bin gerade mitten in der Cutscene. Ich wollte gerade das Bullshit sagen. Okay, hat mir Zeit gelassen, mich zu verstecken. Ich spüre das vor euch vor, glaube ich. War kaputt. Klar, komm, schick einfach rein. Ohne dieses Boom, Boom. Oder sonst was. Das ist dumm, ey. Ach so, okay. Aber dafür macht es nur Lärm. Und sagt, geht nicht sofort einem hinterher. Aber ich weiß auch safe, dass ich hier bin. Ja, Spring-Borne ist jetzt auch hier. Geil, beide hier. Na, hast du gesehen, Chica? Oh, Peter. Ach so, okay. Das ist gegangen. Okay, jetzt zeige ich es euch. Man kann hier die klebrige Hand benutzen. Was hat das das Gänzende ist? Wenn ich nur... Ja, die Hand. Oh, das war laut. Schlüssel. Okay, wo war das andere Bild? War das oben? Okay, jedenfalls. Wir haben den Schlüssel. Ja. Das ist, glaube ich, zum Eingang. Wenden. Und ja. Äh, ich werde hier einmal kurz drum herumgehen, damit er das auf dem Meer speichert. So, genau. Keiner da. Schön. Äh, warte. Haben wir den Schlüssel überhaupt? Habe ich den oben gesammelt? Habe ich den? Geil. Stell dir das zur Spielhalle. Zum Öffnen der Spielhalle. Tür verwenden. Da. So weit hinten, ey. Viele Lichter. Schön. Darf ich da rein? Danke. Hier ist das Bild. Okay, Gott sei Dank. Hab's. Scheiße, rechts ist er. Was? Äh, nee. Das ist traurig egal. BORNI? Was zur Hölle? Ich finde etwas, um Hasen. Um den Hasen herauszulocken. Uff, das war knapp. Vielleicht könnte ich das irgendwie ablenken, wenn ich mehr über dieses Ding wüsste. Was ist denn BORNI? BORNI ablenken? Hase. Der Hase hat da gespielt. Ich kann nicht hineingehen. Der Hase ist noch da. Es sind aber zwei Hasen, Mann. Da stehe. Da stehe. Alles klar. Ich bin nur ein Golden Freddy. Alles gut. Ich bin dein Kollege, Mann. Ich bin dein Partner. Partner ist ein Crime, Mann. Weißt du doch. So ein Ding. Hungry? I don't know. Freddy. Fred Bears, Faber, die Diner. Da ist er. Oder die Chica ist es. Oh, beide. Okay. Ich denke, ich nehme jetzt. Und damit nicht... Nein? Noch nicht gesehen? Was? Finde etwas, um den Hasen rauszulocken. Oh, Mann. Okay. Was ist mit seiner Gitarre? Hau mal ab. Beach, hau mal ab. Wir wollen was Pizza. Abhauen. Kusch. Gehst du deinem Boyfriend, Borny? Keine Ahnung. Jedenfalls, hau ab. Fade off. Okay. Wo? Wo denn? Geh, reich halt, er bin. Ist er hinter mir? Wer immer es ist. Da, die Gitarre vielleicht. Vielleicht. Alter. Oh, mein Gott, alter. Lightning fast. Was soll ich? Nur ein Spinnen. Hau ab. Tja. Was ist bei der Spider? Denkt sich, ich bin das Big Body. Dann gehe ich und fahre wieder. Doch nichts. Ist es perfekt, dass wir hier sind? Wo ist es so oder so hier hin? Denn hier ist ja Borny's Gitarre. Ich guck mal. Schön. Warum ist es auf einmal dunkel? Kann ich hier? Das ist die Gitarre des Blauen Hasens. Aber die Seiten sind kaputt. Ich werde kein paar alte Seiten im Müll finden. Ich finde eher doch so ein Digitales. Was? Ich muss jetzt jeden einzelnen Müll einmal untersuchen. Ernsthaft. Was? 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 Ich habe mich gerade vorgeschrocken. Was war das? Warum? Wieso? Hä? Was? Nein. Was? Was ist heute der Scheiß jetzt spielen? Warum ist alles dunkel? Da kann man was sehen. Ich suche für alles ab. Mülleimer. Wo gibt es denn Mülleimer, Mann? Ich spür's da. Nein. Eventuell muss ich ein bisschen cutten, aber... Ich habe keine Ahnung, wenn ich gesagt habe, wie es hin sollte. Ups. Das war außer Sam. Das Spiel ist gar nicht mehr so einfach. Ich meine, okay, ich spiele auf furchterregend. Also auf hart, normal. Aber was sehen. Ist hier vielleicht ein Müller mal irgendwo? Was ist mit dem Ding hier eigentlich? Ach, der Ticketsehner. Achso, ja, okay. Okay. Fall da drum. Alles klar. Schickertschülter einfach, wo ich lang muss. Das ist hier dunkel vor allem. Okay, er weiß es nicht. Du hast ihn, ne? Er weiß es nicht. Gut. Was ist das Waiting for us? Ich wollte gerade sagen, Chica ist da. Ja, hau mal ab. Bei seinen schönen, pinken Augen. Oh, ich glaube, Nacht 4, wenn wir dann Freddy sehen. Oh mein. Freddy, kann sich Freddy teleportieren? In Fluff 1 konnte er das. Aber was ist hier so weit gebaut, Alter? God damn. Geh weg, ist sie. Ab geht die Post. Hi, Kollege. Sag ich, er ist jetzt lang? Nein. Hier ist noch ein Mülleimer. Nein. Nicht. Hier. Nein. Herz. Anke. Was? Hä, was war? Was denn? Was ist los? Wovon erschreckst du dich? Hotel. Wo war das ich jetzt noch schmucken? Ah ja. Ah, das ist das Spiel. Das muss ich zurück. Hä? Wie soll man darauf kommen? Bist du denn? Oh, Dylan. Wer hätte gedacht, es ist Oswald der Ocelot, auch Oswald der Waschbels. Das wird in der Schule sicherlich Schlagzeilen machen. Was macht der denn hier? Egal, ich kann mich jetzt nicht um mich kümmern. Ich muss zurückgehen. Wie soll man darauf kommen, dass man hier wieder zurückgehen muss? Das Spiel hätte jetzt zumindest sagen müssen, geh zurück ins Benderbad und dann fix digital. oder so. Egal. Was auch immer. Ich hab's endlich gefunden. Gehen wir wieder zurück. Und reparieren diese alte Gitarre. Diese blöde alte Gitarre, Mann. Können wir sie vielleicht Bonnie geben? Und dann... Dann können wir uns weiter umschauen. Schalten mehr Räume frei zum Umschauen, schätze ich. Ich hoffe, das Spiel hat jetzt gespeichert, Alter. Ich hab langsam wirklich keinen Bock mehr. Okay, jetzt aber. Äh. Genau, hier. Gitarrenseite. Das ist ein Ding, das absolut notwendig ist, um Gitarren zu spielen. Richtig. Das ist wahrscheinlich nicht gut klingen, aber zumindest funktioniert das. Guck den Hasen raus. Kommt einer. Muss weg hier. Guck den Hasen raus. Aber wie denn? Wo denn? Wie denn? Hab ich jetzt ein Item? Auf gar keinen Fall die Flying-L-Gitarre. Ah. Okay. Ist das Ding hier gekopyrightet worden oder so? Ähm. Hier ist so vielleicht keiner? Danke. Gut so. Besser ist. Hier muss ich rein. Ich kann nicht hineingehen. Der Hasen ist noch da. Jetzt ist er auch immer dumm geworden. Lock den Hasen raus. Soll ich hier Lärm machen? Geht das nicht. Kann ich hier keinen Lärm machen? Irgendwie? Nein? Strom anmachen. Der hat sich grad bewegt. Das hat so gemacht. Alter. Klingeln. Alter, wo benutzt ich denn die Gitarre? Der? Ich muss schnell wie weg. Ist er weg? Gitarre. Wo benutzt ich die Gitarre? Irgendeinem Stromkasten. Da vorhin. Oder so. Keine Ahnung. Ich komm mich halt mal einfach um. Oder ich mach Lärm. Aber der Hasen ist doch stuck da hinten, oder nicht? Oder muss ich hier Lärm machen? Ich komm mich erstmal um, bevor ich Lärm mache. Weißt du, was ich benutzen muss dafür? Oh, ne Batterie. Hit. Hey, wait. Hier. Okay, Freaks. Lass uns hocken. Oh, okay. S. Oh, oh. Ich muss hier raus. Oh. Der Hase hat das nicht gemacht. Du kannst keine Gitarre spielen. Hälter. 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 Alter, wieso sind die so alle so riesig? Warte, ist das Freddy hier? Das Freddy sieht so. Oh, what the fuck? Küsst dich, Alter. Ich muss den Lüftungsschichten folgen. Alter, war das gruselig. Rettet Chip? Oh, das war knapp. Ich muss doch in die Spielhalle. Warum ist er rechts gerade? Oh, deswegen. Oh. Okay. Okay, Freunde. Oh mein Gott. Ich habe keine, ob ich das zusammenschneide hier, aber... Wir können den Chip retten. Ach, der nächste Spinner. Ey. Ein Like dagelassen? Nein. Danke. Ich meinte, ja. Da geht er wieder. Genau. Nein, da muss ich lang. Genau da. Genau da muss ich lang. Shit. Ey, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ich muss doch lang. Ich bin ruhig. Ja, das ist ja. Ich bin ruhig, ich bin. Ich bin ruhig. Da war nicht. Ich bin ruhig, ich bin ruhig. Ich bin ruhig.